Für Himmelspor das Auftragsspiel in den Friedenauer TSC, der Nummer 6, Selaw Eigünditz und mit der Nummer 23, Haru Kochao. Der Nummer 6, Selaw Eigünditz und mit der Nummer 6, der Nummer 6, Selaw Eigünditz und mit der Nummer 6, der Nummer 6, Selaw Eigünditz und mit der Nummer 6, der Nummer 6, Selaw Eigünditz und mit der Nummer 6, 2 zu 0. Viel spektakulärer wird es nicht. Es läuft die letzte Spielminute für die nächste Partie, halten sich bitte bereit, Sportfreude Johannesthal und der VfB Herbstorf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.